Ein Spiel unter besonderen Vorzeichen steht jetzt für Rasterfechter an. Das Team von Headcoach Wladimir Lucic reist am Wochenende zum Tabellenzweiten, den Rostock Seawolves. Und wie auch die Fechter mussten die Rostocker am vergangenen Spieltag coronabedingt aussetzen. Allerdings aufgrund von Erkrankungen beim Gegner, nicht wegen einer Quarantäne. Es fällt nicht leicht, sich aktuell auf Basketball zu konzentrieren. Man ist fast mehr damit beschäftigt, gesund zu bleiben und fit fürs Spiel. Jetzt sind wir zumindest wieder im Teamtraining und geben unser Bestes, um Sonntag bereit zu sein. Im Team der Fechter hat kein Spieler eine Rostocker Vergangenheit. Bittere Erfahrungen allerdings sammelte Raster in der Hinrunde gegen die Seewölfe. Am ersten Spieltag verlor man zu Hause mit 54 zu 68 gegen den Aufstiegskandidaten. Als ein solcher galt Raster damals in der öffentlichen Wahrnehmung auch noch. Allein diese Annahme bestätigte sich nicht. Rostock hingegen eilte von Sieg zu Sieg und steht mittlerweile bei 15 Erfolgen in 19 Spielen. Rostock ist ein sehr gutes Team, das mit seinen erfahrenen Pointguards, denen zurzeit vielleicht besten Basketball in der Liga spielt. Aber wir müssen uns auf uns konzentrieren. Geben wir unser Bestes, wird es ganz sicher ein enges Spiel. Das Rostocker Team jedenfalls ist sehr tief besetzt. Gleich fünf Spieler punkten im Schnitt pro Partie zweistellig. Mit Nigel Pearson haben die Rostocker einen ganz starken Allrounder in ihren Reihen. Topscorer ist Tyler Nelson mit 14,8 Punkten in nicht einmal 19 Minuten. Außerdem überragt der Shooting Guard mit einer geradezu aberwitzigen Dreierquote von 50 Prozent. Auch Sid Marlon-Tice und Jordan Rowland treffen sehr zuverlässig von jenseits der 6,75 Meter. Ja, das stimmt auf jeden Fall, dass Rostock sehr gut von außen trifft, Nelson sogar sensationell gut. Sie haben sehr clevere Guards in ihren Reihen. Dazu kommt ja auch noch Chris Carter mit gut sechs Assists pro Partie. Unser Ziel muss es sein, die Guards nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, gerade von außen. Und dann müssen wir natürlich die weiteren Details finden, die uns eine Siegchance geben. Die eigenen Stärken aufs Parkett kriegen, am besten über 40 Minuten. Die große Herausforderung für Raster in den letzten Wochen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie plus anschließender Quarantäne für einen Teil des Teams. Jedenfalls lächzt der Tabellen-14. nach einem Erfolg. Und ein Überraschungssieg gelangt schließlich schon einmal beim Tabellenführer in Jena. Ob es den auch in Rostock gibt, sieht man am Sonntag live und kostenlos ab 16.30 Uhr auf www.sportdeutschland.tv. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017